Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur hauslos. Ist nicht dasselbe, habe ich recht? Ja. Mein Mann hat in der USG-Mine in Empire gearbeitet. Ich war fünf Jahre Aushilfslehrerin. Das ist gerade eine schwierige Zeit. Vielleicht sollten Sie in Erwägung ziehen, Vorrufstand zu beantragen. Ich brauche Arbeit. Ich arbeite gern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Willkommen im Badlands Bar. Das, was die Nomaden machen, haben die Pioniere damals auch gemacht. Hey, Fenn! Das Loch muss größer werden, damit das Seil passt. Fenn lebt eine amerikanische Tradition. Der kommt gleich durch die Scheibe. Wie sagte mein Dad so schön? Was nicht vergessen wird, lebt. Ich habe vielleicht zu viel Zeit meines Lebens mit dem Erinnern verbracht. Weißt du, was ich an diesem Leben am meisten liebe? Es gibt keine endgültigen Abschiede. Ich habe hier hunderte von Menschen getroffen. Und ich würde mich nie endgültig verabschieden. Ich sage zu allen nur also, man sieht sich. Und das stimmt. Ich sehe sie wieder. Und in meinem Herzen bin ich sicher, ich werde meinen Sohn wiedersehen.